Ich bin Pablo Heldt, Pianist aus Köln. Ich mache auch Interviews und bin zweifacher Vater. Mein Zuhause, bei meiner Familie. Sehr vieles. Meine Familie, meine Freunde, Bücher, Filme, Musik, das Leben, Natur, eigentlich alles. Vertigo von Alfred Hitchcock. John Williams. Es waren sehr, sehr viele Computerspiele, aber das letzte, was mich richtig gekickt hat, war Return of the Obra Dinn. Mitmusikerinnen und Mitmusiker, die zuhören und dem Publikum was zuhört. Das Walschka in Köln-Ehrenfeld. Das ist schwierig. Etwas zu machen, was man nicht vorher geplant hat. Letztendlich Umgang mit dem Moment. Das Walschka in Köln-Ehrenfeld Das Walschka in Köln-Ehrenfeld